Hallo und herzlich Willkommen zu Learn German with Falk, Deinem Beginner-Podcast. Episode 5 – Sport Machst Du gerne Sport? Gehst Du gerne Joggen oder ins Fitnessstudio? Vielleicht gehst Du lieber schwimmen oder fährst gerne Fahrrad. Vielleicht bist Du ein Sportmuffel und magst Sport überhaupt nicht. Ich persönlich liebe Sport. Ich versuche, dreimal pro Woche schwimmen zu gehen. Ich denke, dass Schwimmen ein super Cardiotraining ist. Nach dem Schwimmen bin ich immer sehr, sehr müde. Aber ich fühle mich auch sehr, sehr gut. Sport ist nicht nur gut für Deinen Körper, also zum Beispiel Deine Muskeln, sondern es ist auch gut für Deine mentale Gesundheit. Wenn ich Sport mache, vergesse ich den Stress des Alltags. Beim Sport denkt man nicht an die Probleme oder an Sorgen. Man ist voll fokussiert. In Deutschland gehen sehr viele Menschen ins Fitnessstudio, ins Gym. Viele Menschen gehen ins Fitnessstudio, um abzunehmen, also Gewicht zu verlieren. Andere Menschen wollen gerne Muskeln aufbauen und stark werden. Ich persönlich gehe nicht so gerne ins Fitnessstudio. Trotzdem mache ich auch ein bisschen Krafttraining. Ich mache zum Beispiel Liegestütz, also Push-Ups oder Klimmzüge, also Pull-Ups. Machst du auch gerne Krafttraining oder machst du lieber Ausdauertraining, zum Beispiel Joggen oder Fahrradfahren? Ich versuche beides, also Krafttraining und Ausdauertraining zu kombinieren. Ich spiele auch sehr gerne Badminton. Einmal pro Woche spiele ich in einer Halle. Ich spiele es also sehr gerne im Winter. Im Sommer, wenn es draußen warm ist, spiele ich Tischtennis. Im Winter gehen viele Menschen gerne Skifahren. Ich kann nicht Skifahren. Kannst du Skifahren? Gehst du gerne Skifahren? Wo gehst du gerne Skifahren? In Deutschland ist Fußball der populärste Sport. Fast jedes Kind spielt gerne Fußball. Die meisten Männer und auch viele Frauen schauen gerne Fußball in Deutschland. Schaust du oder spielst du gerne Fußball? Machst du gerne Sport in einem Team, in einer Mannschaft oder lieber alleine? Viele Menschen haben heutzutage auch eine Smartwatch und zählen ihre Schritte. Sie wollen 10.000 Schritte pro Tag laufen. Zählst du deine Schritte? Wie viele Schritte läufst du pro Tag? Schreib es in die Kommentare. Neue Vokabeln. Sportmuffel. Person who doesn't like to do sports. Müde. Tired. Sich fühlen. To feel. Ich fühle mich sehr, sehr gut. I feel very, very good. Mentale Gesundheit. Mental health. Vergessen. To forget. Wenn ich Sport mache, vergesse ich den Stress des Alltags. When I do sports, I forget about the stress from the daily life. Muskeln. Muscles. Stark werden. Become strong. Krafttraining. Strength training. Beides. Both. Skifahren. Skien. Fast jedes Kind. Almost every child. Zählen. To count. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Thank you so much for listening as always. Don't forget to give this video a thumbs up. And don't forget to subscribe the channel so that you will not miss any new episode. Tschüss und bis bald.